Harry sagt guten Tag, heute am 6. Oktober 2018, es ist 13 Uhr, Harry kommt vom Strand, 30 Grad, keine Wellen, kein Wind und jetzt auf dem Rückweg hier am Maranko. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann und sagen Tschüss bis morgen, hasta mañana.